Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Unturned. Wir sind ja mal noch unterwegs und suchen eine Säge. Hm. Einfach nur, weil wir es können. Der eine oder andere hat natürlich schon geschrieben, dass, ähm, brauchen wir nicht, dass es natürlich schneller gegangen wäre mittlerweile, wenn wir einfach nur Bäume gefällt hätten, weil dadurch bekommen wir ja auch die ganze Zeit irgendwelche Sticks. Und dann hätten wir schon lange unsere Kiste bauen können. Das stimmt, aber, äh, das ist ja auch immer so ein bisschen eine Frage von, will ich das denn? So, übrigens schreiben mir alle immer in die Kommentare, ich soll unbedingt Kleber trinken, deswegen trinken wir jetzt Kleber. Und wie Sie sehen, passiert gar nichts. Das ist nämlich auch der Grund, warum ich die ganze Zeit keinen Kleber getrunken habe. Denn wir haben mittlerweile so eine hohe Abwehr gegen, äh, die ganzen, ja, Seuchen und gegen etwaige... Na? Gegen etwaige... Äh, äh, kurz mal konzentrieren. Gegen etwaige, äh, Psychosubstanzen. Ist das absolut falsche Wort? Warte, ich such's mal raus. Äh, 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 Immunity. Gegen Halluzinogene heißt das natürlich, logisch. Deswegen passiert da nicht mehr viel, wenn wir jetzt irgendwie Kleber trinken. Nur, nur damit ihr mal wisst, warum ich das die ganze Zeit nicht gemacht habe. Das ist auf jeden Fall einer... Arschloch! Einer der Gründe dafür. So. Zack. Na? Junge! So, 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 so. Übrigens, danke an alle, die mir irgendwie in der einen Folge alles Gute zum Geburtstag gewünscht haben. Heute ist nämlich mein Geburtstag, also heute, wo ich das hier aufnehme. Mittwoch, der 26. Da bin ich irgendwann mal vor viel zu vielen Jahren geboren worden. Und das Ganze gipfelt heute in der Tatsache, dass ich viel zu alt werde. Oder geworden bin, ne? Denn ich bin ja schon, bin ja schon hier. Wir trinken mal was. Wenn wir denn dürfen. Oh, der hat Schaum vor dem Mund. Der ist bestimmt sauer. So, 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 so. Was können wir denn noch? Hier haben wir noch was. Wir haben noch einen Chocolate Bar, habe ich gesehen. Ja, wollte nur Danke sagen. Ähm, ja, ein paar Leute haben auf Twitter auch gefragt. Und, was machst du so an deinem Geburtstag? Ich sitze hier und nehme auf. Denn mein Geburtstag ist... Warte mal. Repair. Zack. Können wir auch reparieren. Mein Geburtstag fällt mir mal auf den Mittwoch. Und der Mittwoch ist ja bei mir der zweite Aufnahmetag in der Woche. Und, ja. Auch wenn heute mein Geburtstag ist, nehme ich natürlich auf. Tja, so einfach ist das. Denn ansonsten kommen wir hier nicht voran. Lange Rede, kurzer Sinn. Wo willst du denn hin? Lange Rede, kurzer Sinn. Wir, ähm, sind immer noch unterwegs. Wie gesagt. Ah! Wir sind immer noch unterwegs. Eine Bratpfanne suchen. Nein. Eine Säge. Ich hätte gerne eine Säge. Und Weed nehme ich immer mit. Also. Ne, du weißt schon. Verstehst schon. So, Tomato. Eine Tomaco würde ich mitnehmen. Die hießen Tomacos, ne? Bei den Simpsons. Oder? Ich glaube, die hießen Tomacos. So, warte mal. Zack. Ach, wir sind ja voll. Naja, gut. Äh. Irgendjemand hat mir auch geschrieben, ich muss eine Blowtorch. Schreibt man übrigens so. Muss ich mitnehmen. Um irgendwelche. Ich weiß gar nicht mehr, was du mir da erzählen wolltest. Auf jeden Fall. Danke. Ne. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Wir wollten craften. Und zwar eine Crate. So. Pine Sticks. Was ist denn das hier? Pine Library. Pine Plug. Rüssel Rack. Wird ja immer besser, Alter. Was man hier alles mittlerweile. Pine Trophy Case. So was werden wir auf jeden Fall bauen, sobald wir mal, äh, ein bisschen mehr, Pine Plank. Warte mal, ich muss mal, Pine Plank und Pine Stick. Und wir haben Pine Plank. Pine Lock. 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 Pine. Jetzt warte mal. Pine. Pine Plank. Die Planks kannst du sicher aus einem Pine Lock schlagen. Pine Pipe. Pine Plank. Steht halt nirgends da, wie man Pine Planks herstellt. Pine Bottle? Echt jetzt? Man kann sogar eine Jerry Can. Also, äh, ein Gastkanister aus, äh, aus Holz machen mittlerweile. Hier, Pine Lock und eine Saw. Deswegen brauche ich die Saw, äh, für den Herrn Klugscheißer. Zwinker, zwinker. Ne. Dann können wir nämlich die ganze Scheiße hier zersägen und haben das immer direkt, ähm, fertig. So, dafür brauchen wir aber, wie gesagt, auf jeden Fall eine Säge. Jetzt dachte ich natürlich, wir würden hier eine Säge bekommen. Viele haben auch in die Kommentare, und ich lese immer die Kommentare, keine Sorge, haben geschrieben, dass es am sinnvollsten wäre, irgendwie ein Camp Space zu, äh, auf ein Camp Space zu gehen. Und da habt ihr absolut recht, klar, auf ein Camp Space kriegen wir nicht nur eine Säge sehr wahrscheinlich, sondern wir bekommen auch, äh, höchstwahrscheinlich, Moment, wir bekommen auch, ne, wir haben eine Bandage und, äh, Dings, wir bekommen auch höchstwahrscheinlich dort, hören langsam, eine, ne Map. Ja, Map ist das, was ich sagen wollte. So, warte mal, datieren, dann können wir, äh, das endlich craften und aus dem Rack und Rack können wir eine Bandage machen und aus der Bandage mit der anderen Bandage können wir ein Dressing machen. Hier haben wir Hustensaft, Hustensaft ist ja unser bester Freund. Einen Arztkittel brauchen wir nicht, warte. Antibiotics nehmen wir mit. Jetzt musst du auch noch dazwischen gucken, oder was? Das Problem ist, äh, wir haben, äh, offensichtlich keine Map und ich weiß, viele sagen, drück doch M. Wir spielen hier nicht auf easy, deswegen haben wir, wenn wir keine Map haben, einfach keine Map. Ja, hoh, das ist ja abgefahren, oder? Nee, und, äh, solange wir keine Map haben, weiß ich auch nicht, in welche Richtung wir zu einem, äh, Camp Space kommen. Und klar, der eine oder andere würde jetzt bestimmt sagen, und das kannst du dir auch sparen, mein Freund, würde jetzt sagen, hier, guck doch im Internet, da gibt's die, da und da gibt's die Map zu finden und so. Das stimmt alles. Aber ich will ja, wir spielen hier Survival. Ich will nicht irgendwie nach, nach irgendwelchen Koordinaten laufen, die ich im echten Leben dann auch an dieser Stelle nicht hätte. Und ich will auch nicht mehr im Internet, wenn ich hier in dieser Zombie-Apokalypse bin, in dieser Zombie-Apokalypse und um mein Leben fürchten muss. Dann kann ich auch nicht ins Internet gehen und mir erstmal eine Karte irgendwie ziehen, oder was? Junge, so läuft es im Leben nicht. So, denn in dieser Zombie-Apokalypse überlebt nur der Stärkste. Nur der, der sich auf das konzentriert, was zu diesem Zeitpunkt wichtig ist. Mist. Zack. Zack. Da hab ich so schön gezielt. Nahrung ist wichtig. Alles, was das Überleben verlängert. Wo ist denn unser Auto eigentlich? Moment mal, wir haben doch hier irgendwo unseren Tracker geparkt gehabt. Dann fahren wir weiter mit dem Tracker, Alter. Es ist hart. Denn wenn es ums Überleben geht, werden Freunde zu Feinden. Und irgendwann stehst du alleine da. Versuchst zu überleben. What the fuck ist mit dem Tracker? Und dann ploppen die Räder ein. Und du denkst, what the fuck? Aber du musst weitergehen. Weiter überleben. Denn wenn du nicht überlebst, dann bist du tot. Tja. Okay, cool. Der ist leer. Wir füllen mal einfach hier alles rein. Der ist auch leer? Der ist... Äh... Junge. Okay, wir sind alle leer. Naja, gut. Für uns soll es aber weitergehen. Warte mal. Ich bin der Meinung, wenn wir hier so eine komischen Wege langfahren, müssten wir auf den Camp Space kommen. Oder zu einer Farm. Weil ich glaube, von... Aus dem Weg hier sind wir ja auch gekommen, als wir den Tracker uns geholt haben. Ich finde den Tracker immer noch cool. Auch wenn ich es seltsam finde, wie hinten halt die Räder durchs Chassis glitschen. Aber auch dann musst du überleben. Mit glitschenden Rädern. Und so fuhr ich denn dann die Straße entlang. Nicht wissend, was vor mir lag. Ein unbekanntes Leben. Oder doch nur weitere Gefahren. Mutig stellte ich mir... Äh... Boah, was? Wie ich irgendwas tat? Halt mal an hier. So, wir gehen, äh... Weiter. Zack. Und schauen mal. Hier an der Scheune denke ich schon, dass wir irgendwie eine Säge finden werden. Und wenn nicht, weiß ich ja, dass wir uns auch eine craften können. Äh... Da weiß ich bloß nicht, ob wir die nötigen Gegenstände haben. Aber ich glaube, wir brauchen bloß, äh, ein bisschen Metal. Scrap. Und irgendwie ein bisschen Halt. Und Kleber. Wie kann man sich eine Säge craften? So, hier. So. Äh, okay. Moment. Es gibt doch hier irgendwo... Crafting. So. Können wir uns jetzt eine Saw machen? Ne, können wir nicht. Gut. Könnte man sich nicht irgendwie eine Säge machen, Leute? Habt ihr mir nicht geschrieben, man kann sich eine Säge craften? Hät ihr mich verarscht, oder was? Was ist hier noch los? Irgendwo... Im Nirgendwo muss doch eine Säge sein. Hm? Wie bitte, ne? Duffelpack? Was haben wir? Wir haben Travelpack. Wir haben 2, 3, 4, 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Und das Teil... Das steht da nicht da. Aber ich glaube, der Duffelpack war kleiner. Wir suchen natürlich immer noch das Alice Pack. Im Grunde genommen. Aber dafür müssen wir zu einer Military Location. Was? Fuck my life. Zack. Und da sind wir weit entfernt von. Das größere Problem ist ja auch, dass wir nicht mal wissen, in welche Richtung das ist. Ich meine, klar, ein paar von euch werden das wahrscheinlich auswendig wissen. Aber ich weiß es halt nicht irgendwie. Wow. Der war richtig schlecht. Zack. Aber immerhin ein bisschen ein manischen. Können wir aber nicht mehr mitnehmen, weil wir... Weil wir so viele Jerrycans beihaben. Hmm... Ich überlege gerade, ob wir irgendwas abwerfen können. Wir können zumindest mal was essen. Es wäre geil, wenn es eine Taste geben würde, dass das hier automatisch ein bisschen besser geordnet wird. Guck mal, jetzt habe ich das gegessen, obwohl wir es gar nicht hätten essen müssen. Das war jetzt natürlich ein bisschen... ein bisschen doof. Und wenn wir das jetzt hier rüber machen, können wir das hier mitnehmen. Dann können wir nämlich zumindest... die hier nochmal zusammenfassen. Oh. Hä? Alter. Da ist der Vierer. Die nehmen wir da raus. Und wir legen auch das mal kurz ab und das mal und das mal hier hoch. Damit wir das hier irgendwie ein bisschen besser geordnet haben. Das ist ein wildes Durcheinander bei uns immer im Inventar. Das ist einfach nur grauenhaft. Zack. Wie geht es jetzt hier weiter? Wir waren noch nicht in der Scheune drin. Gibt es hier eine Säge? Oder zumindest eine Map. Eine Map wäre ja schon auch geil. Ja, es gibt hier eine Kettensäge. Aber ich glaube nicht, dass man mit der Kettensäge... Missing Space. Dass man mit der Kettensäge jetzt großartig die Sachen bearbeiten kann. Ich glaube, dafür brauchst du tatsächlich irgendwie... Wir gucken mal. Pinestick. Ja. Siehst du? Du brauchst unbedingt die Säge dafür. Das ist natürlich doof. Wir brauchen drei Sticks und sieben Planks. Das ist eine Plank. Das ist ein Lock. Das ist ein Lock. Das ist ein Lock. Und das ist ein Lock. Pass auf. Dann nehmen wir das nochmal mit. Dann fällen wir jetzt einfach ein paar Bäume. Mit der Chainsaw. Wo bist du? Okay. Baum fällt. So. Stick. 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 Wie viele Sticks brauchten wir da nochmal? Drei. Wie viele haben wir? Wir haben mehr als drei auf jeden Fall. So. Aber warte mal. Wir konnten doch... Wir konnten doch eine Plank... ...aus Sticks machen. Pine Plank. Genau. Dann sammeln wir jetzt einfach die Sticks. Und machen da erstmal Planks draus. Äh. Da. Eine. Wow. Das machen wir jetzt noch so ungefähr 5000 Mal. Dann müssten wir eigentlich genügend haben. Da ist noch ein Stick. Ist immer... Ich meine, ich finde es ja ganz geil, dass jetzt der Baum richtig umfällt und so. Damals, wenn ihr überlegt, ne? So, wo wir angefangen hatten. Da war das alles so, dass das gar nicht richtig umgefallen ist. Sondern es ist dann einfach weg gewesen. War auch okay. War ein bisschen übersichtlicher. Äh. Stick. Aber... So sieht es natürlich cooler aus. Stick, Stick. Da ist noch ein Stick. Zack. So. Wie viele Planks können wir dann jetzt schon... Great. Jetzt haben wir vier von sieben. Das ist natürlich die Frage, ob wir überhaupt genügend Inventarplatz frei haben. Ja, ich kann da bleiben. Ähm. Brauchen wir noch die Fire Axe? Brauchen wir eigentlich nicht. Weil wir haben ja eine Kettensäge. Das Coole ist, dass wir auch immer so ein bisschen Erfahrungspunkte bekommen. Leute, es kann sich nur um Stunden und Tage handeln. Aber wir werden es schaffen. Ich schwör's euch. Irgendwann. In einem neuen Leben. Zack. So. Plank, plank, plank. Wie sieht's jetzt? Oh, warte. Können wir ja hier direkt gucken. Wir haben jetzt sieben Planks. Und brauchen nur noch drei Sticks, Leute. Nur noch drei Sticks. Wir sind so nah. So nah darin. Endlich eine Crate herzustellen. Unfucking fassbar. Eins. Zwei. Drei. So. Herr von uns zu Crate. Wo sind sie? Da ist sie. Die Pine Crate. Und mit der gehen wir jetzt zurück zu unserem Traktor. Und werden den jetzt einfach mal total gechillt am Traktor anbringen. Das ist übrigens ist eine coole Waffe, aber die ist jetzt gleich im Arsch. Das heißt, wir wechseln das auf jeden Fall wieder gegen das Messer. Den müssen wir mal schießen, beziehungsweise müssen wir nicht, aber ähm, huch. Gar kein Magazin mehr. Müssen wir mal vollladen. Wir haben ja genug Schuss, haben wir ja auf jeden Fall. Da unten. Da unten. Wollte gerade sagen, hä, wir haben noch mehr Magazine. So, zack. Einmal reingeladen. Und zack. Na? Ach ja. Ich vergesse mal, dass man da einmal durchladen muss. Jetzt nur noch die Frage, wo haben wir denn den Traktor überhaupt geparkt gehabt? Jetzt mal gucken. Und beim Traktor ist das natürlich ein bisschen schlecht. Haben die hier auf dem Hof Benzin? Beim Traktor ist das echt schlecht. Wir bräuchten eigentlich wieder unseren LKW, den wir hatten. Was heißt LKW? Unseren SUV. Das heißt für uns, wir behalten die Crate erstmal noch. Und fahren jetzt hier erstmal noch ein bisschen runter. Denn ich bin der Meinung, hier kommt ja noch eine andere Farm. Und später müssten wir auch in der Nähe von einem Campground auf jeden Fall rauskommen. Und ich glaube, da ist auf dem Weg dahin auch nochmal eine kleine Stadt. Und vielleicht finden wir da irgendwie sowas wie ein Truck oder sonst was. Wo wir hinten halt genug Platz auch drin haben, um eine Crate reinzusetzen. Und dann können wir da schon mal ein paar Sachen drin lagern. Das ist natürlich nicht viel. Aber besser als nix. Sag ich immer. Wie es hier weitergeht, seht ihr auf jeden Fall in der nächsten Folge von Unturned. Und während ich hier rede, seht ihr wahrscheinlich im Hintergrund schon eine Neuerung, die wir auf unserem Kanal jetzt endlich auch haben. Ein Abonnieren-Button direkt eingeblendet. Den Link zur ganzen Playlist von Unturned. Und noch das aktuellste Video. Ja, schaut da einfach mal rein. Klickt da einfach mal drauf. Amüsiert euch. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Macht's gut. Macht's gut.